Woche 50 Motivlose Hingabe Nachdem man verstanden hat, dass alles Gottes Eigentum ist, erlebt man die gesamte Welt als sein Geschenk. Dieses begehrt oder genießt man aber nicht für sich selbst, sondern wertschätzt einfach ihn selber in diesem Geschenk drin. Sobald die Aufmerksamkeit nicht mehr auf ihn und seine gebende Hand, sondern nur auf die Gaben gerichtet ist, beginnt die Verzerrung der Wirklichkeit ihren Lauf zu nehmen. Doch wenn man auf ihn schaut und die Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist, erkennt man sein Geben sowie sein Wegnehmen als das Gleiche an, da es einfach ein Wirken der exakt gleichen Kraft ist. Die gebende Hand ist genau die gleiche und hat die gleiche innige Schönheit wie die nehmende Hand. Wenn die Aufmerksamkeit auf die Gaben gerichtet ist, sieht man den Erfolg und den Verlust, das Gelingen und das Versagen unterschiedlich an und die eigene Involvierung mit der Dualität hat ihren Anfang. Sich in Träumen aufzuhalten, deren Attribut mit der Eigenschaft der Begrenztheit genau beschrieben wird, ist das, was wir gelernt haben. Es gilt klar zu beobachten, wie schnell wir die Freiheit hergeben. In den Geschichten des Geistes existiert immer Gebundenheit. Wofür bittet man? Immer wieder darf man sich erinnern, dass das Leiden nicht die kleine Ungemütlichkeit auf der eigenen Lebensspur ist, in Klammer Krankheit, Verlust, Tod, sondern das Vergessen seiner eigenen Identität als Seele und der Beziehung zu Krishna. Auf die Heilung dieser Urkrankheit des Vergessens hinzu zielt das Gebetsleben. Auf dem Pfad der Hingabe, Atma Nivedana, wird man angewiesen, alles was man ist und um sich hat, in Klammer zu besitzen wehend, immer wieder zu Krishnas Füßen zu legen mit den Worten, es ist ganz dein. So bittet man Sri Krishna natürlich. So bietet man Sri Krishna natürlich auch seine Schwäche, seine Krankheit und seine physischen Zerfallserscheinungen an. Dabei ist es essentiell, dass man sich gänzlich von der kleinsten Hoffnung befreit, dass Krishna dieses sekundäre Leiden beheben solle. Er ist nur daran interessiert, unser Primärleiden zu heilen, unser Vergessen von ihm. In der motivlosen Hingabe bittet die Seele nur darum. Ohne das Geschenk der Gottesliebe wird das Leben als gänzlich bedeutungslos empfunden. Man ist nur ein Bettler, dessen Lebenskraft nur noch um das wahre Überleben eingesetzt wird. Als einfacher Diener fleht man nur um ununterbrochenes und motivloses Dienen. Das genügt diesem Diener als Lohn. Die materielle Energie ist der Seele fremd. Die Seele ist von transzentraler Natur und ein winziger Teil von Gottes Liebe. Doch erst wenn die Seele wieder mit ihrer Quelle verbunden ist, in einer reinen, bedingungslos liebenden Beziehung, vermag sie wieder bei sich anzukommen. Ohne diese Beziehung ist kurzfristig konstruierte Zufriedenheit und Freude ein Mittel der Selbstentfernung und eine Möglichkeit, einen in der Selbstvergessenheit zu halten. Denkt man, man müsse erst angstfrei sein oder noch irgendetwas anderes zuerst erledigt haben, um sich wirklich fallen zu lassen und um sich wirklich hinzugeben, dann könnte man lange warten. Wenn man allen Vermeidungsstrategien einfach keinen Glauben mehr schenkt, an der Festkrallung an der Oberfläche, die Freude verloren hat, gibt es nichts mehr, was einen aufzuhalten imstande wäre. Der innere Weg ist nicht ein Gehen in der Horizontalen, sondern ein sich Fallenlassen in Radha Krishna. Fallen ist der eigentliche Weg des Menschen.